In diesem Quick-Tipp möchte ich dir einen Fehler aufzeigen, der gerne beim Komprimieren von Drums gemacht wird. Kompression ist meistens bei Drum-Aufnahmen nötig, um den Drums ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen zu geben. Allerdings ist die Einstellung eines Parameters maßgeblich dafür verantwortlich, ob die Kompression deinem Drum-Sound wirklich weiterhilft oder ob die Kompression das komplette Leben aus deinem Schlagzeug zieht. Welcher Parameter das ist und auf was du da genau achten musst, das zeige ich dir gleich im Projekt. Okay, und zwar hat ein Abonnent von mir mir seinen Mix zugeschickt und hat gesagt, hey, ich weiß gar nicht, was los ist mit meinem Drum-Sound. Ich habe versucht, meine Drum-Spuren zu bearbeiten und es hat so weit auch alles gut geklungen. Aber irgendwie klingt der Drum-Sound insgesamt ein bisschen matschig, ein bisschen lasch. Und ich habe alles versucht mit Kompression und Transient-Design und was weiß ich noch was in den Einzelspuren, aber irgendwie klingt es komisch. Und ich habe mir seinen Drum-Sound dann mal angehört und der klingt so. Okay, es klingt schon in Ordnung, aber irgendwas ist tatsächlich seltsam. Die Drums klingen so ein bisschen, wie wenn so ein Teppich drüber gezogen wäre. Und ich habe dann rumgeschaut, ich habe mir die Einzelspuren angeschaut und er hat dann probiert, seine Spuren zu komprimieren, mit Channel-EQ zu bearbeiten und das war auch alles in Ordnung so. Aber trotzdem klang es komisch, bis ich dann auf seinen Drum-Bus kam und seine Drum-Bus-Compression mir angeschaut habe. Also er hat den kompletten Drum-Bus, alle Instrumente des Schlagzeugs von Toms, also alle Trommeln, Becken, Raummikrofone, hat er auf einen Drum-Bus geroutet und hat sie dann nochmal komprimiert, das komplette Drum-Kit komprimiert. Das ist ein gewöhnlicher Schritt, das kann man so machen. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass er diesen entscheidenden Parameter nicht richtig eingestellt hatte, beziehungsweise zu kurz eingestellt hatte und das ist die Attack-Zeit. Die ist extrem wichtig, wenn es darum geht, Trommeln zu komprimieren. Wenn du die Attack-Zeit nämlich zu kurz einstellst, dann reagiert der Kompressor zu schnell und schneidet dir die Transienten ab und dadurch klingt dein Drum-Set dann lasch und dumpf. Um dir den Unterschied zu zeigen, mache ich jetzt mal Folgendes. Du hast hier die Attack-Zeit und während das Schlagzeug jetzt spielt, drehe ich mal auf die längste Attack-Zeit, auf 30 Millisekunden und du wirst merken, wie viel besser gerade mal die Snare-Drum durchkommt. Also bei der Snare-Drum hörst du es am besten, finde ich, wie viel mehr Punch die auf einmal hat, wie das Drum-Kit auf einmal atmen kann und wie die ganze Sache wirklich viel knackiger klingt. Also wir haben jetzt hier die kürzeste Attack-Zeit eingestellt, die schneidet ihm die Transienten ab von seinem Drum-Kit und dadurch klingt die Sache lasch und ich drehe jetzt einfach mal hoch auf die längste Attack-Zeit und du wirst den Unterschied sofort bemerken, vorausgesetzt du hast ein gutes Abhörsystem und ein ordentliches Paar Kopfhörer. Probieren wir das mal aus. Ich hoffe, du konntest den Unterschied jetzt deutlich merken. Noch genauer kann man das hören bei der Snare-Drum. Wenn ich mal die Snare-Drum hier jetzt solo schalte und ich nehme mal kurz einen anderen Kompressor einfach, weil man es hier bei dem besser sieht und wir probieren jetzt hier mal das Gleiche, weil insbesondere bei der Snare-Drum ist es sehr wichtig, weil die Snare-Drum einfach länger ausklingt als zum Beispiel eine Bass-Drum in der Regel zumindest und da ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine lange Attack-Zeit oder eine Attack-Zeit wählst, die lang genug ist, Entschuldigung, damit der Transient wirklich durchkommt und damit auch noch irgendwelche Eigentöne oder Obertöne der Snare-Drum richtig durchkommen. Ansonsten klingt die Snare-Drum wirklich matt und lasch. Ich mache es auch hier mal so, dass ich die Attack-Zeit jetzt zunächst von dieser Snare-Drum hier runterdrehe, komplett auf Null. Und da wirst du auch bemerken, dass die Snare-Drum sehr lasch und kraftlos klingt zunächst mal. Also, bei der Snare-Drum hört man es noch besser, finde ich. Und da solltest du darauf achten, dass die Attack-Zeit wirklich lang genug ist. Ich bewege mich hier gerne bei 80 Millisekunden sogar. Ja, das erscheint vielen viel zu lang. Und die sagen, wow, das ist viel zu lang für einen Snare-Drum. Aber ich mache es tatsächlich so, 80 Millisekunden ist gar nicht schlecht. Besonders, wenn die jetzt so einen Ring hat, wie du jetzt bei ihr gehört hast, bei diesem Snare-Drum hier. Und wenn dir das gefällt, dann lass den Ring ruhig durchkommen, bis der Kompressor wieder zurückregelt. Und du hast eine knackige Bass-Drum, die über genügend Punch verfügt. Leg also immer ein besonderes Augenmerk auf die Attack-Zeit bei deinen Drums. Probier ein bisschen rum. Schließ die Augen, spiel mit der Attack-Zeit hin und her. Und versuch wirklich rauszuhören, ab wann wird der Sound dumpf? Ab wann killst du die Transienten mit einer zu kurzen Attack-Zeit? Und ab wann hilfst du deinem Drum-Sound mit der Kompression wirklich weiter? Versuch also, die richtige Einstellung der Attack-Zeit rauszufinden und nimm dir Zeit dafür. Wenn du dich für Drum-Mixing interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, wie ich ein komplettes Drum-Kit abmische und auch die Einzelkanäle bearbeite, mit EQ bearbeite und komprimiere. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, netten Kommentar der neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!